Ich werde dich besiegen mit meinem Boo-Boo-Team. Boo! Manche Boo! Und danach ist dein Eifer-Ein-Männchen wieder dran. Mhm. Kannst du nicht jetzt zu Legends kommen, oder? Ja, wenn du möchtest. Oh Mann, das ist immer so eine lange Lade. Wenn du auch gute Teams surfst, dann kannst du gerne kommen. Mach schon. Der Big Game ist Team mit Kevlar, Kevlar, Kevlar... Ah ja, genau. Und Kevlar. Nein, Spaß. Ich hab Kevlar auf 7 Sterne immer. Was? Ja. Wie viel hast du reingecached, ganz ehrlich? Ich hab nicht viel reingecischt. Ich hab die bloß in jeden Multi gezogen. Ich hab die in einem Multi sogar zweimal hintereinander gezogen. Alter. Ich hab noch 56% Akku. Okay. Okay. Ich nehm das auf und dann werde ich das die nächsten Tage ein bisschen bearbeiten. Verhält ihr eigentlich das mit den lustigen Sounds? Kann man das so behalten? Ja. Dann mach ich das auch so. Aber so in deinen Dokkan und Legends Videos könntest du, wie ich, so ein bisschen Hintergrundsmusik dann einbauen. Und dass halt in den Momenten, wo du nicht redest oder so, nicht langweilig oder still wird das Video. Mhm. Ja, guck ich mal. Alter. Dieser Damage. Ja, Mann. Ich kenne das so groß aus 7 Sterne. Nein, ich lad mich erstmal Ruhe auf. Oh, verdammt. Nein. Ble- Ble- Jaaaa. Oh, verdammt. Meine Geldnot ist zu Ende. Wie viel hast denn du in Legends reingetestet? Ich? Ähm, weißt du das ja nicht von meinem Video? Nein. 999 Euro. Nein, ich weiß gar nicht wie viel, aber bestimmt auch schon 100 oder so. Insgesamt. Aber schon eine ganz schöne Menge. Hast du schon einen Dokkan reingestet? Dokkan? Nein. Nein. Dokkan eigentlich noch nicht, weil ich doch immer jetzt den Bot benutze. Okay, dann ist Alpha einmal wieder dran. Ja. Ich nehme jetzt noch mal jedes Team für das Video. Und dann werde ich mir neue Teams... Sollen wir mal aufnehmen? Jaaaa. Hab ich eingeladen. Jaa. 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 sondern beim Freezer Team bestehst, auch einer meiner schlechteren Teams. Bei den einzelnen Gohan die Dinge zu machen, die Ausrüstung. Egal. Nee. Entweder. Ähm, ähm, ähm. Ich kann sagen, kann man Felder meinen. Geht den Tipp blau, brauchst du nicht gegen mich. Aber ich hab zweimal cooler. Und einmal den goldenen Friesel. Ja, das ist sehr problematisch. Mein Handy fängt grad irgendwie an zu kochen, Alter. Oh nein, ich hab auch was kochen. Ähm, Spinat. Wie? Und da ist die Ladezeiten, mein Lieber. Ja, aber ich schneid das raus, die Ladezeiten. Dann machst du ein Video. Was? Machst du ein Video? Ja, ich nehm grad auf, aber er schneid unsere Stimme raus. Muss ich. Ich muss den Ton also komplett rausschneiden. Sonst, wie gesagt, das geht sonst nicht. Dann mach Musik ein. Ich mach Musik im Hintergrund und red ein bisschen vielleicht. Ja. Boah, der kleine Guhan erlaubt mir nicht. Nö. Mich zu verwandeln, was ist das für ne Kacke? Nö. Warum kriegst du ausweichen? Ähm, weiß ich nicht. Jetzt wird dieser cooler verdammt OP. Das wird ja auch verdammt OP. So. Nee. Hm, ja doch. Boah. Das hat mich hier eingenommen. Alleine wegen dieser Fähigkeit. Nee. Und? Okay, geht wieder voll. BAM. 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 Äh, äh. Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. I'm so sorry. Ah, ah, ah. Weh, jetzt ist meine 20er-Ult weg. Na, was? Du hast mal die Kartenzerstörung gemacht, du. Blub. Sabalot, jetzt ist Schicht im Schacht. Ich geb den Tipp, ich nehm nicht rot. Und Slide. Ich mach daraus zwei Folgen. Den einen zeig ich, äh. Wie egal, ich kann sowieso jeden Charakter eigentlich nehmen. Team Lul. Aber ich hab ja fast alle. So, jetzt nehm ich mein... Gott-Ki-Team. Ah ne, äh. Nie. Nie. Ja. 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 Es ist ein wenig. Ich nehm mal... Ich nehm mal... Aber ich nehm mal einen LF-Charakter mit. Um dir entgegenzukommen. Ich hab nicht mal einen LF in meinem Team. Ich auch nicht. Nur nicht. Hast nur zwei, nicht einen LF. Wer gewinnt grad von euch DB Gaming? Äh, wir kämpfen oder gar nicht? Ja. Wirst du gleich mal gegen mich kämpfen? Ja. Und die ist mir ja eh nicht. Ja. Weißt du mal gegen mich. Mind dich? Ja. Ho 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 Ho. so i singen i'm a bobby girl in the bobby world kaioken kaioken aua kaioken 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 ja die damage ist überhaupt nicht op ok welcher damage naja gedodged dw gaming komm mal hier in den ring von lucas dann lass uns bis der unsin fertig sind paar normale kämpfe machen dann machen wir Vielleicht dacht ihr wollt auch Legends spielen? Ja, Legends ist für mich aktuell unnötig. Ach, sagt doch sowas nicht. Das Spiel, was ich aktuell am meisten zocke, nur weil es Loka. Loka hab ich gestern noch heute die richtigen Aktiv gespielt. Ich hab mal kurz später auf Whatsapp gucken. Ich hab dir da mein Team geschickt, was ich mir zusammengestellt habe. Ja, ich hab das Ding hier nicht. Aha. Oh. Nein! Nein! Nein. Nein. Nein! Hä? So, soll ich jetzt bei Faltus ins Regen eingehen oder soll ich jetzt in Legends spielen? Legends! Ja, ich hab ihn nicht weg. Ich bin ja. Ja, ich hab ihn nicht weg. Ehi, Junge! Ah! 4 Mülle Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das Ja 1, 2, 3 Ok, aber das war doch schon besser Das war mein Gottkey Team, das ist mein stärkstes Team Na, ich nehme mal wieder mein Fusion Team Ok, dann warte mal Mit oder ohne aufladen? Ja Ja Oder egal, ja Und mich Oh, Fusion gegen Fusion Wie lieb Ähm Spiele zu spielen Dreimal darfst du nicht raten Ok Oh Ich bin ein dummen Beutel Guck mal, ich bin schon fertig geladen hier ne, und Klonzombieraden sitzt noch im Eidersheim Ich bin ein dummen Ich bin ein dummen Oh, es geht auch mal los Oh, es geht auch mal los Ich war es eingeschlafen Und Ich bin ein dummen Ich bin ein dummen Und ich bin ein dummen ganz normales Ich bin ein dummen und so dreht sich das alles wieder doch die kette macht überhaupt kein op schaden ja ja hätte mich das jetzt noch gewundert wenn ich getroffen hätte Hast du den Wecker zu Blue nicht oder was? Nee. Oh. Dann nehme ich ein anderes Team ohne ihn. Bitte. Ich nehme jetzt alles auf, also alle Teams jetzt einmal, aber ich mache ein zweiter daraus. So, da kann ich mal neun Trunks testen. Oh, Future gegen Future, interessant. Oh, das ist interessant. Interessant. Wieso hast du deinen Trunks nur auf sieben Sterne, deinen Free-to-Play-Trunks? Kannst du doch jetzt so schnell auf vierzehn Sterne bringen? Ja. Du musst einfach nur dieses Trunks Legends Road Event machen, wenn du da ein paar Mal durch... Ja, weiß ich, aber wie? Du brauchst nicht mal ne halbe Stunde, da hast du dann auf vierzehn Sterne. Richtig nice. Ja, davon habe ich genug. Ich habe noch über hundert Geschenke habe ich noch mit Energie-Coupons, weil ich das gar nicht schaffe, die alle auszugeben. Hecken. 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 Warum denn? Einfach so. Aber tu doch gar nicht hecken. Wer will doch bitte? Ja, das wurde . Du spätst er. Was können wir machen? Sürfen! Gleich! Ich bin beschäftigt Beschäftigt Irgendwann Ich kicke picken Ich kicke picken Oh, full life, warum? Hey, was ist das denn? Die Attacke sieht irgendwie geil aus Die er aber in Anime noch nie so eingesetzt hat, glaube ich Habe ich dich noch mal getroffen? Ja Bei mir Nein, nein, nein Du hättest ja mal von Son Gohan fast One-Hit gegeben Und jetzt haben wir so sehr auf einmal vom Boost Hallo, stopp! Nein Nein, 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 nein Oh no Egal Was? Junge Ey, das ist unfair Warum ist das unfair? Habt ihr das gemacht? Nee Das ist unfair Ey, mach... Jetzt kann ich überlegen, was würdest du nehmen? Ich kann mich noch mal das riskieren Ich kicke Wuuuii Mann... Das war auch zu lecken Das war doch gar nichts Aber ich würde deinen Bucher nicht vorhaben Ich will ihn jetzt wollen jetzt nicht Äh, nö, 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 nö So Finale Flasch Normal... Normalerweise hätte das eigentlich clashen müssen, aber Das Spiel sagt so, nö Heute keine Chance, den Klonzombie Okay, nehme ich jetzt noch ein Cyborg Team Das ist jetzt nicht so ein OP Team So So Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Ich nehme die C21 Und dazu noch mein rechtes Bein Und der Eifermann ist gerade beschäftigt Das heißt, ich kann ihn gleich ohne Probleme besiegen Null Ey Da ist er noch da? Ja Okay, dann ist gut Wer gewinnt gerade von euch? Keine Ahnung Äh, aktuell nicht Okay Okay Dann müsst ihr aber jetzt Kombos lernen, ja? Weiß ich nicht Ja Okay Also Ich werde gegen dich verlieren, wenn ich weiß, dass du Warum? Okay Bei Autocombus for the win? Ja, einfach weil, weil das Wenn du siehst gut I know Ich weiß Hm, das ist jetzt der erste Sieg denn? Aume Ich habe so ein Gefühl Wie ist das denn? Obwohl du Junge Was ist das denn jetzt? Black einfach mal kastriert Ich mach dir echt Triobomber Ich mach das bei Loriselle Märscha, das ist dein normaler Goku Black Obwohl du sogar das bessere Element hast Wie den? Hm Guck mal, den hier Ich mach hier Ich mach hier Eich mit Leid Oder auch so Ich brauch wieder ein bisschen Leben Nein Nein Und ich will mich ein bisschen verwandeln Warte mal Warte mal Hallo Ach komm Junge Was denn? Baby Gaming Baby Gaming Baby Gaming Baby Gaming Ja, ist doch gut Ist doch gut, dann muss ich das gut machen Hehehe 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 Ja, Mann Ja, Mann Jochen Junge Hey Ich geh mit mir nichts drauf Ich hab Hunger Lam, dam, 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 dam Neiiiin Ich weiß, Svettenso ne, Svettenso ne, Svettenso ne, Svettenso ne, Svettenso ne, Svettenso ne, wenn du grüner zu werden hast, ist ja okay Oh Mann Komm ich komm ich auch. Das ist unfair. Warum? Weil ich Hunger hab. Verdammt. Guck mal diesen hier. Guck mal diesen hier. Guck mal diesen hier. Guck mal diesen. Das ist deleganisch. Mein Junge, hab ich was hier. Ja. Ich geh jetzt wieder ab. Noch lebe ich. Oder auch nicht. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Hallo Junge. Schauwappt. Mavi, komm mal, komm mal, ich pack dir leider eine Hex aus. Ist halt wirklich so. Ja. Nö. Easy view. Tupupupiu. Tupupupiu. Ja, okay, reicht. Nein, nein, ich bin froh. Hm, ja. Aber gegen die picklige C21 jetzt, hast du fast gewonnen. Meine Hand, meine Hand ist offen. Okay, wir haben noch ein Team, zwei Teams. Genau, mit den Cooler als Freezer-Team haben wir angefangen. Noch zwei Routen müssen wir. Ich möchte mein Team ändern. Mach gleich. Ich weiß nicht, warum bin ich schon. Das Team habe ich anders. Ne, 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 bei der Eins habe ich noch. Das muss ich noch präsentieren. Okay, Tadius. Präsentieren, warum? Ja, vergeben. Ich gehe in meine Klasse. Ne, jetzt nicht warum, ne. Ich möchte eine Präsentation halten. Dann präsentiere ich die halt. Dann hast du ein Fee-Krechbonus. Das ist doch... Aua, mein Kopf habe ich mir gerade Aua gemacht. Ich nehme einen roten Held. Ich habe ja nur drei Stück drinne. Lul. Nein, Luki. Ich habe einen coolen Cooler jetzt genommen. Coca-Cola. Coca-Cola Light. Mach den... DB Gaming breit. Mach Kevlers Titten rund. Dann ist DB Gaming gesund. Wo hast du dir das schon wieder aufgeschrieben? Äh, auf meinen linken Hoden. Nein. Mhm. Finde ich auch. Coca-Cola Light. Und der Pimmel ist breit. Mach die Titten rund. Der Ficken ist gesund. Oh ja. Er macht schon nirg. Ich bin schon an. Ja, ich bin schon an. Ey, Junge. Ey, Junge. Ich habe nicht mehr lüge, das ist schon an. Kann nicht sein, du. Warum macht das denn komisch woll. Nö. Nö. Cooler, du wollst. Er war der, 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 der. Er war der, 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 der der, der, der. Er war der, 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 der Iwan. wenn er kippt mich jetzt genau wie ein feiter oh guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal diesen guck dir diesen man, ich hab die Charaktere also nicht, ich hab eins Jungen der killt die einfach one-hit und schau mal, dass mein Leben an von den anderen Charakteren war wenn du mir mit außerdem schaden gefällt, dass du euch auf jeden denkst ja immer hä? man, meine Charaktere sind mein Leben Keine Ahnung. Ich muss dich wieder hätten. Das ist nur eine Frage, wenn du dich selber verletzt. Aber ich kann schon... Was ist denn? Keine Sorge, ich weiß nicht. Was ist denn? Du kannst dich selber verletzen. Ich gönne mich jetzt auch. Wo ist denn das? Hier. Und wo ist das? Da war ich mein Handy weg. Uff. Na ja, ich bin auf dem Weg. Warum machst du das? Was mach ich das? Wie kann ich was sagen? Ohne, dass ich dich nur ein paar mal kenne. The last team. Das finde ich nicht akzeptabel. Das finde ich nicht akzeptabel. Sorry, das ist meine Hex. Ja. Ja, meine Hex. Willst du deinen Scheidel? Mhm. Ja. Ja. Ohnein, ich habe eine schlechte Abonnentenzahl gerade. 2666. Die Zahl des Teufels. 299. Wenn du 299. 999. Dann habe ich die Glückszahl. Dann bin ich nämlich kurz vor 3000. Ja. Aber dann bin ich keine Abonnenten. Ja. Du musst mich abonnieren. Ja, mach ich mit deinen Accounts. Nein, mach dir 999.000 Accounts. Okay. Dann stehe ich vor DB Gaming ein bisschen. DB Gaming kommst du jetzt auch mal gleich in Legends oder was? Ja. Genau. In der Zeit kann er sein Team machen und in der Zeit kämpfen wir DB Gaming. Ja. Hör mal. Hör mal, ich schaue das an. Er kommt auf mein Bildschirm. Fernwegschirm, wenn die beiden da kämpfen. Das finde ich nicht gut. Uh. Ja. Oh, so viele Schaden. Mann, wie geht das? Du Scheiße. Zauberlot. Nö. Du, Alter. Mach mich in Ruhe. Oh, yeah. Was macht dein Charakter? Oh. Ah. Nö. Zauberlot. Was mach ich? Ey. Passiv. Was soll die? Was soll die? Was soll die? Was soll die? Oh, Paralyse. Sehr schön. Was soll die? Was soll die? Oh, Paralyse. Sehr schön. Was soll die? Was soll die? Was soll die? Was soll die? Oh, ich kann mich nicht verreden. Ja, du hast kein Lächeln, das machst du bei Fakern, das machst du überall. Klasse Kacke, du hast sogar überlebt. Hallo, ähm. Und da schreibt er so in die Beschreibung, ja, ich habe hier ein Bot gekämpft. Zu meinem Achten. Nee, die beginnen alles deine Schuld. Kann ich dafür, wenn du so schlecht bist? Oh. Du kannst gleich einen Tiemann nicht weiter. Den will ich auch bitte noch drauf schlagen. Ob ich das will. Wenn du das jetzt schaffst. Was kriege ich dann? Ich bin mit Pannen. Ich stehe nicht bei mir. Nee, ich mache gleich ein heftiges Tiemann, das wird nicht so schlimm. Nee, die beginnen die Google-Spanne. Ich kann jetzt die... Ja. Die beginnen die Poké-Wallers jetzt.